meine Jüte irgendwie so dann hier so dann hier so und so und so und so und siehe da ich habe die perfekte Treppe geschaffen und ich weiß was ich jetzt machen werde und ihr wisst es nicht bam 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 meine Mausmann du regst mich echt heute auf gleich ich muss mal versuchen das zu beheben irgendwann es wird Nacht scheiß Nacht jetzt fällt mir gerade auf ich kann das gar nicht da draufsetzen toll gemacht ich bin aber weder schlauer gewesen als meine Umwelt das war noch dümmer als ich dachte dass ich bin da 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 meine Jüte so bitte jetzt danke ähm also erstmal pennen gehen dann muss ich mir neue half steps machen und dann 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 kann ich das fertig machen zwei davon zwei davon brauche ich da so 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 ich brauche ich habe mir eigentlich gerade mal wieder viel zu viel gemacht ich mache mir immer viel zu viel immer und immer manchmal halte ich mich ein bisschen für dumm aber wirklich nur ein bisschen ich meine ich bin noch nicht dumm ihr kennt mich doch alle aber du da 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 hmm Mh 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 dann hat man das gleich auch fertig gemacht Wupp dich die 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 Mh die keine Ahnung wie es aussieht irgendwie fehlt hier ein Tor oder so weiß ich noch nicht ich weiß nur dass ich keine Knochen hätte und deswegen wartet bis Nacht wird und wenn es dann Nacht wird bin ich bereit meine Maus ich muss das jetzt beheben also nicht unbedingt jetzt aber meine Güte so wie du gehst jetzt nicht sieht so aus es wird jetzt gehen aber es sieht die ganze Zeit immer nur kurz aus um ja doch geht ich geht schon im Moment ja dann gehe ich mal in meine Euro Dachgeschoss und schaue ob ich da vielleicht ein Knochen habe jeder bitte hallo äh hier hätte ich auch Fleisch gehabt aber keine Knochen so wie es aussieht ne da bitte einmal runter gehen jetzt geht er einmal zurück gehen jetzt bitte einmal dahin gehen wo ist denn die Sonne die geht erst auf die geht erst auf na wunderbar habt ihr abgezogen oh beleh ich frage mich manchmal ob diese Tintenfische angreifen könnten oder wie das wäre wenn sie angreifen würden bis es Nacht ist mach ich einfach mal diese Höhlen zu mit Erde wo muss ich denn zumachen ich muss nur hier zumachen der Rest kann mich mal am Arsch lecken da 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 so 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 mal gucken wie lange das dauert bis ich das fertig habe ab da gut dass ich die Erde mitgenommen habe da 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 ich frage mich gerade hab ich gerade den ganzen Stack jetzt verbraucht egal äh ich frage mich gerade wie lange es wohl dauern wird bis ich die 200 Abonnenten erreiche das könnte müsste es könnte sogar sein dass ich in einem bis zwei Monaten die 200 Abonnenten erreicht habe wäre natürlich nice wenn man das dann hochrechnet oder so dann habe ich vielleicht ich brauche die Erde aus meinem Haus dann habe ich in zwei Jahren ungefähr die 1000 Abonnenten und das ist einfach geil wenn ich das so sagen darf meine Maus ich bring dich um meine Güte meine Güte meine Güte was läuft denn schief Mann ich muss mir eine andere Maus holen ich komme mit der echt nicht klar ja ich muss mir eine andere Maus holen also nicht jetzt aber dann irgendwann mal die klebt aber die klebt aber ja 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 da dat da dat 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 da ups so da dat da dat da dat meine Güte Mann ich bin heute so begabt im Treffen da dat da dat 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 da dat da dat dat da dat 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 das dauert gar nicht so lange wie ich dachte mit dem Höhlen schließen m 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 übrigens werde ich wieder mal gefragt warum ich denn nicht 1.9 im Let's Play und ich antworte meistens in videos auf kommentare also nicht wundern wenn ich nicht in die kommentare immer schreibe ja da 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 weil ich halt meistens wie gesagt in videos antworte wenn man hier verhungern kann dann verhungere ich bald ich könnte auch einfach eine höhe gehen und Skelette abknallen mit abknallen meine ich umbringen Prozent 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 Opfer auf jeden Fall in einer Linie nicht Dad... Dadad... Dadadad... Da ist ein Skelet! Komm ihr Skelet! Liebling!